Hallo, liebe Neo-Thesis-Gemeinde. Mein Name ist Prof. Dr. Mike Friedrichsen von der Hochschule der Medien. Ich arbeite in der Fakultät Wirtschaftsinformatik und Digitale Medien. Die Fragestellung, mit der wir uns beschäftigen wollen, kommt aus dem klassischen Medienmanagement oder vielleicht auch der Medienökonomie. Viele Verlage, klassische Verlage, stehen heute vor der Situation, wie aufgrund der Digitalisierung und des sehr, sehr starken Strukturwandels die Geschäftsmodelle der Zukunft aussehen. Zunächst mal muss man vom Grundlegenden davon ausgehen, dass dieses Problem durch neue Technologien und neue Formen auch der Distributionen entstanden ist. Das heißt, die Verlage werden mehr oder weniger von außen durch veränderte Rahmenbedingungen dazu gezwungen, Veränderungen in ihrem Produktionsbereich vorzunehmen. Diese Veränderungen sind allerdings jetzt nicht so massiv, dass sie dazu führen, dass eine zeitnahe Anpassung erfolgen muss. Das hat mit der grundlegenden Struktur von Verlagshäusern zu tun, die natürlich in vielen Bereichen sehr rentabel arbeiten und insofern diese Innovationsanlässe durch Digitalisierung nur bedingt umgesetzt werden. Nun wird die Frage immer gestellt oder sehr häufig gestellt, wie lange können die klassischen Vertriebsstrukturen von Verlagen aufrechterhalten werden. Also eine klassische Fragestellung wäre beispielsweise, wie lange wird es noch gedruckte Zeitungen zum Beispiel geben. Nun, wenn wir uns mit so einer grundsätzlichen Fragestellung beschäftigen, müssen wir uns natürlich überlegen, was das eigentlich bedeutet. Die Frage ist insofern, was sind die Alternativen? Es gibt heute natürlich durch das Internet und durch die mobilen Devices eine häufige Ausweichmöglichkeit oder eine Substitutionsoption für viele Verlagshäuser, die allerdings einen kleinen Haken aufweist. Der Haken ist, dass es dafür kein Geschäftsmodell gibt. Die Übertragung der bisherigen alten Inhalte auf die neuen Online-Technologien, auf die mobilen Technologien hat dazu geführt, dass es einen sehr häufigen Geschäftsbereich gab, den nannten man Follow the Free. Das heißt also letztendlich, dass die Inhalte erstmal kostenlos in den jeweiligen neuen Distributionsoptionen zur Verfügung gestellt wurden. Nunmehr stellt sich die Frage, inwiefern müssen alle Verlagshäuser ihre Distribution anpassen, ihre Content-Produktion anpassen und die Frage, die sich die Verlagshäuser am meisten stellen, ist, wie können wir mit all diesen neuen Formen und Optionen Geld verdienen? Wo liegt das Geschäftsmodell? Dieses Geschäftsmodell kann natürlich zum Teil auf der alten klassischen Form beruhen, und man sagt, okay, wir haben klassische gute Inhalte, nehmen Sie das Beispiel Lokalzeitungen. Es wird auch in Zukunft sicherlich den Bedarf an lokalen News geben und es wird für die Menschen immer interessant sein, was in der lokalen Umgebung passiert. Die Frage ist nur, ob man dieses noch in der klassischen Papierform vermitteln muss oder kann oder ob dies auf neuen Distributionswegen erfolgen soll. Und die Frage, die jetzt insbesondere an die Community zu richten ist, ist, wie sieht dieses Geschäftsmodell für die Zukunft der Verlagshäuser aus? Das heißt, wie müssen wir unsere Produkte gestalten, damit sie für die Konsumenten und für die Rezipienten so attraktiv ist, dass sie dafür auch bereit sind, das Geld zu bezahlen, das wir ja brauchen, um letztlich auch die Wirtschaftung zu betreiben? Hier wäre es sehr interessant, mit der Community darüber zu diskutieren, wie man sich beispielsweise eine solche Form von beispielsweise Tageszeitungen oder auch Zeitschriften in den nächsten zehn Jahren vorstellt. Was wäre ein interessantes Vertriebssystem? Was wäre ein interessantes Content-Management-System? Und was wäre letztendlich für Konsumenten und Rezipienten ein interessantes Produkt, das die Verlage zur Verfügung stellen müssten, um letztendlich dann auf diesen neuen Distributionskanälen auch erfolgreiche und letztlich auch refinanzierbare Optionen zu gestalten? Ich freue mich auf diese Diskussion mit der Community und wünsche allseits noch viel Spaß beim Nachdenken.